Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde, SteamWorld heißt natürlich mit mir euren Sunny. Du musst jetzt diese Matrosen finden, wenn ich mich nicht irre. Jo, da sind sie auch schon. Okay, kein Kampf. Ich finde das so cool, dass die Raumschrift mit Kohle betrieben wird. Das ist so absurd. Moon. Moon, willkommen, Reisende. Das ist gut. Ich habe nicht oft Besuch. Nennt mich Moon. Was machst du hier allein? Was machst du allein hier draußen? Das tiefe All ist momentan nicht sicher. Alles ist voller Volt-Bots. Volt-Bots? Das gefällt mir. Ich wusste nie, wie ich sie nennen sollte. Aber sie sind faszinierend, nicht wahr? Ich denke, dass die Königin sie auch mächtig interessant fährt. Sie unterhalten sich scheinbar über eine Art Türmer. Davon hast du nicht zufällig einen gesehen, oder? Oh, sie faszinieren dich also auch? Diese Türme sind wie die königliche Post, nur unsichtbar, nicht wahr? Sie sind in einem kreisförigen Muster aufgestellt, wie Radspeichen mit einer großen alten Narbe in der Mitte. Wenn wir diesen Turm in der Mitte zerstören können, schalten wir sie vielleicht mit einem Schlag aus. Warum sollte jemand so was tun? Du musst dich nur von ihnen fernhalten. Das Licht am Leuchtfeuer ist aus. Du solltest also vielleicht umkehren, bevor du zu Taif hinein gerätst. Okay, wir haben hier einen Realisten. Okay, da müssen wir hin. So ist das besser. Wir können vorbei, ohne an der Seite von diesem Ding hängen zu bleiben. Was? Okay, wir haben irgendwie die... ...abgeschaltet. Hinterwaldschenkel, okay. Er ist da rein. Okay. Ähm... Ja, nach wie vor... Also diese Hinterhof-Schenken, die haben immer irgendwie hier hinten noch eine Tür, die aber nicht aufgeht. Ach, das ist mal frustrierend. Ah, große Lagereinheit. Klar. Oh mein Gott, was für ein cooler Hut. Ist kein Hut. Doch ein Hut. Okay. Schubkondensator. Kurze Reichweite, Feuerstoß 4, Durchschlägecharaktere. Herrscher-Minigun. Herrscher-Minigun. Attacken 2, Laser-Zielen lang. Kann nach Bewegung nicht schießen. Oh, das ist 12 plus 6. Der klingt ja echt interessant. Aber wir haben eigentlich eine gute Waffe dafür, ne? Aber andererseits kritisch. Plus 6. Eventuell dann 18 Schaden. Und dann sind es zwei Schüsse. Also zählt der Kritische dann jedes Mal oder? Puh. Das ist schon krass. Lange Reichweite. Attacken 2. Das war teuer. Ja, wir könnten uns die eine Waffe leisten. Das ist ja krass. Ähm. Da warte ich mal mit. Vielleicht hole ich mir das noch. Habe ich zunächst mal eh vergessen. Ich weiß. Hole ich mir nicht. Aber behaupte es mal. Oh mein Gott. Wir können nur eine Person mitnehmen. Ähm. Ja, ist Fan eigentlich eine gute Wahl, ne? Kann sich heilen. Hat Spezialfähigkeiten. Hat die Zusatzwaffe. Kann sich gut bewegen mit denen. Wir nehmen ihn mal. Wir nehmen mal Fan. Das wird schon passe. Entschlossen. Okay. Gut. Das war jetzt aber gerade hier oben rein und da runter. Okay. Ähm. Dann gehen wir erst nach rechts. Okay. Das war schlecht. Das war auch nicht gut. Hm. Das wird jetzt auch nicht gut. Das wird jetzt auch nicht gut. So. Hier unten noch irgendwo was, was man holen kann. Nee. Die werden sich leider bald öffnen. Da ist ja eine schlechte Ankündigung, der da unten. wird er wieder voll geheilt. Und zerschießen. Und zerschießen. Und jagen dem da. Versucherein. Ja, das war klar, wo können wir hin, damit wir ihm noch was verpassen können. Eigentlich gar nicht, so wie ich das sehe. Also gehen wir mal da hin. Jetzt öffnen die sich. Das ist ein bisschen früher, als mir lieb ist. Hm. Geh ich mal noch da. Und ja, das ist noch da. So. All right. 15 reichen eh nicht, da kann ich jetzt aber super schießen. Was war das? Räumt das Schiff? Okay. Wir haben doch noch nicht alles hier gerettet. Ich meine, gelootet. Das stimmt doch nicht. Gut, dass wir... Ach nee, hier wäre auch eine Leiter gewesen. Hier, seht ihr, hier ist noch was. Das will ich auch haben. Gut. Nutzer-Sicherheit nochmal. Ja, sieht alles so gut aus. Oh, dann können wir auch rausgehen. Cool. Schöner kleiner Auftrag. Alles mitgenommen. Aber wir waren mit Fan wirklich auch entspannt, muss man sagen. Also das zwischendurch sich verhindern. Disruptor-Schrot, finde ich. Ich glaube, die wird verkauft. Impulslupfer. Ich glaube, da haben wir schon einen, oder? Oh, wir sind auf Max-Level auch mit Fan. Erweiterte Reparatur stellt für Fan jetzt 3, 4 oder 5 Gesundheit her. Wiederherstellung hängt von der Anzahl der verbrauchten Ladung ab. Nice. Das ist schon ziemlich cool. Gut gemacht. Dann legen wir jetzt mal diesen Energieknoten an. Das machen wir. Aber dann ist es natürlich in der nächsten Folge, die jetzt heißt, es ist eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch dir alles Sonntes Gute und ciao. Euer Sunny.